und herzlich willkommen zurück bei gothic 8 gothic 2 mit returning ja musik habe ich gerade angeschalten aber musik an ist gleich musik aus aber ich höre ganz leise etwas irgendwie wo sie stehen geblieben ich bin gerade erst zur tür rein wenn ich jetzt noch ganz fix damit ich heute noch die aufnahmen und meinen stream dann schaffe war gestern schon später momentan ist es ein bisschen stressig stressiger als sonst deswegen bin ich eigentlich momentan ganz froh dass ich mit returning nur ein let's play projekt momentan am laufen habe ich hatte ja sogar mal drei momentan in meiner momentanen situation in der ich mich jetzt halt befinde jetzt zeitlich am tag undenkbar momentan jetzt zwei oder geschweige den drei let's plays an einem stück zu haben ist vielleicht auch ein bisschen entlasten darf für euch ja ja eine halbe oder eine stunde oder 40 minuten vom jack und wollen sie mal reinziehen am tag so dass es drinnen aber mehr hat man dann immer die ahnung ist dass es zu viel wird so aber ja ich bin gerade genauso blöd da wie gestern bei meinem black mirror 3 ist trieben ich weiß gerade gar nicht wo ich hier bin was ich hier mache was ich hier machen will wo meine tasten sind es ist irgendwie schon wieder alles weg so langsam habe ich angst vor mir selber wir sind ja auf der insel genau ein trittboot in seenot treiben wir im abend rot keine so ist kein echolo ein trittboot das zu sinken droht ein trittboot in seenot zögern gibt er zu verstehen schatz es ist kein land zu sehen hey kennt das jemand so ich werde einen kaffee wenn du dabei bist grüße gehen raus lass dich mal wieder blicken bitte ich meine auf dem disco und so aber egal ich denke mal kaffee wird mindestens kaffee wird es kennen so jo was wollte ich jetzt machen ring der geschwindigkeit einschalten genau ne die aufnahmen müssen raus weil morgen weiß ich auch wieder nicht was morgen wird das ist alles so beschissen momentan so komm komm doch nicht mal bis dort hin so hä noch na werd ich öffnen lass mich meiner ist länger und härter so schwanzvergleich mit dem goblin hier geht ja wohl gar nicht ähm so wir haben fast die ganze insel naja fast noch nicht ganz äh umlaufen da ist wieder der turm ach hau doch ab du ach ich hab schon auf die frösche hier so dämmig ein Mistso so ähm was denn nun schon wieder was ist das denn? was denn? wollt ihr mich verarschen oder was? das ist geiler der Koblin oder der Keiler das sind dummelsprecharlich So, ich habe immer noch nicht rausgefunden, welche Odyssee-Insel das so sein soll, wenn wir die Insel überhaupt in Odyssee hatten. Das war relativ stark draufgehauen, gefühlt einen Scamager und zwei Warane. Warum mache ich das? Weil ich es kann. So, was ist das denn hier? Das ist wie so ein Herrenhaus hier. Der Heiler. So, ne, der, äh, ne, Jacke da. Heiler war ja, ne. Herrenhaus, der Heiler. So, was ist hier oben los? So. Was ist hier drin los? Noch einer? Hallo? Na, wer wird denn hier? Na? Zeit verzögert hier umfallen, du spinnst ja wohl. So, Sumpfgolem. Kein Problem. Einmal drauf. Naja, gegebenenfalls auch zweimal. Und so in Sumpfgolem liegt da nieder. So. Wie gesagt, in den Turm oder in hier irgendwelche Gebäude, die jetzt irgendeine Quest betreffen, in die gehen wir zum Schluss rein. So, aber wie eben eben oben den Turm. Ähm, Sumpfgolem. Die Zeiten, in denen ich mich wirklich von, äh, Sumpfgolems hier, äh, äh, fertig machen lassen habe, die sind lange vorbei hier bei Returning. Jetzt hat sich hier aber noch kein Kapitel 7 gezeigt. Das ist der Witz. Und ich dachte ja wirklich, die steuern hier, hier für Returning direkt jetzt, ähm, Corinnes an jetzt nach Irdorath. Ähm, weil hatte ich ja auch dann so gesagt, so auch nach Corinnes. Das war natürlich dummes Geschwätz, weil eigentlich waren wir tatsächlich auf dem Weg nach Myrthana. Und sieht ja durch den Seestrom hier ungewollt hingeraten. Jetzt schon Quarz, Extanz, Trachsund Drachenwurzel. Ja, aber das sind hier reines Mana. Nehmen wir mit. So, ne. Das ist eben, wenn man glaubt hier, das ganze Ding so im Vorhinein so ein bisschen, schon, äh, äh, rausgehört oder rausgelesen mal zu haben, ähm, oder rausgesehen zu haben. Ist hier irgendwas dahinter? Keine Ahnung. Und dann, wenn man das Ding selber halt spielt, eines Besseren belehrt wird. Ja. Ne. Also, das ist hier aber von Odyssey, dass das hier Tamora ist. Ich hab da mal nachgesehen, auch in meinen eigenen Streams hier. Also, Tamora ist es auf keinen Fall. So. Hm. Ich könnte ja mal mit meiner Armee, leider finsternis hier lang drin, aber, wo muss ich das? Das sind hier. Toll. Lächerlich. So. So. Hase! Fein! So. Es hat mich noch kein großes Hasenmonster angegriffen. So. Hier ins Wasser springen wir jetzt erstmal in Licht. Das hier kommt mir so vor wie beim Sumpflager hier. Der Weg hier runter. Und das hier der Eingang zum Sumpflager. Kommt hier jetzt noch in eine Ladezone? Das sieht irgendwie so aus. Der Eingang in eine Ladezone. Ne. So. Keine Ahnung was hier unten sein soll. Wahrscheinlich sollten wir hier wirklich bloß einen Troll holen. Oder hier, keine Ahnung. Oder uns führt eine Quest noch hier unten hin oder so. Keine Ahnung. Das dann erst irgendwas spurmt. So. Gehen wir wieder hoch. So. In der Höhle waren wir noch nicht. Jetzt mal auf den Deckel hier. Guck mal an hier. Oh. Schattenläufer. Na! Wirst du zurückhauen? Wo kommen wir denn dahin? Oh. Schattenläufer. Wo ist das denn? Hat er wenigstens jetzt was wichtiges hier bewacht? Kronstöckel oder Mitrachenwurzel oder... Keine Ahnung. So. Ja. In der Mitte im ganzen Schweiß. Brauchen tut's keiner Sau. Äh. Keine Sau. Fleischbraten muss ich noch für Gordon. Wie viel wollt ihr da haben? Keine Ahnung. Die sind sich auch wirklich... Die NPCs sind sich auch für jeden Schritt zu feinen. Wirklich. Hä? Hier stinkts irgendwie nach... Äh. Was war das grad? Minigrabler? Auf der anderen Seite, oder? Hä? Ah. Minigrabler. Ich glaube... Hier oben waren wir schon, oder? Waren wir hier oben schon? In dieser Grube hier? In dieser Grube hier? Ich bilde mir einen? Dieser komische Teleporterstein dort unten. Wornach's zumindest aussieht, den kennen wir schon. Wurde ich meinen. Wurde ich meinen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in den Turm hier rein. Du stinkst nach Shuttle-Läufer. Guck mal hier hinten. Die pennen doch eh den ganzen Tag, die Viecher. Da können die auch... Da müssen die doch nicht leben. Das ist ja, als würde mich eine Ameise in meine Hornhaut zücken. Ich glaube, hier in der Ecke wollen wir tatsächlich nicht rumfahren. Na! Und trifft doch das Spanferkel. Oh, Mann, 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 Mann. Steinkreis? Waren sie schon? Steinkreis? Ja, ja. Was war noch? Ah! Mut und Dummheit liegen nah beieinander. Oh, Steinkreis. Wir könnten ja zu Abwechslung auch mal speichern. Guck mal her. So. 376. Eine Folge 400 spätestens würde ich aufschauen. Vor allem der Witz ist... Das ganze Ding artet langsam in Arbeit aus hier. Weil, ähm... Ich hab ja privat momentan ein bisschen Stress halt hier gesagt gehabt. Ähm... Ich kann nur jedem... Jedem anraten. Und das ist mein absoluter voller Ernst jetzt. Jedem anraten. Ohne irgendwie jetzt irgendjemandem hier was vorzuschreiben oder da irgendwo den Klugscheißer zu spielen. Lasst die Raucherei sein. Das bezahlt ihr nicht heute. Das bezahlt ihr vielleicht auch nicht morgen. Vielleicht bezahlt der ein oder andere vielleicht nie dafür. Aber... Irgendwann kann man wirklich böse dafür bezahlen. Und meine Mama, die bezahlt gerade... Ist dabei gerade einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Und sie ist eigentlich noch lange nicht in dem Alter. Da... Äh... Naja... Ich hoffe mal... Es ist... Äh... Klar was ich andeuten möchte. So... Es ist nicht unbedingt einfach gerade. Da muss man da doch hier irgendwann mal... Prioritäten setzen. Noch mal dabei stehen oder so. Wenn Hilfe oder Not am Mann ist und da mal... Wenn sie nicht mehr fangen. So... Dann hängen auch noch andere Sachen mit dran. Und deswegen... Bin ich auch heute ziemlich spät erst wieder rein. Deswegen bin ich gestern ziemlich spät rein. Hat sich ja der Stream verzögert. So... Und hier für die meine... Äh... Für... Und hier im Display steht ja jetzt zum Beispiel... In nicht allzu ferner Zeit Gothic 3 an. So... Dann will ich noch mein neues System zusammenbauen. Dort will ich ja dann Gothic 3 machen. Äh... Bestenfalls in besserer Qualität noch und alles. Ähm... Dann will ich noch hier was produzieren. Dafür so einen kleinen Teaser und so weiter. Wie wir es hier bei Gothic 1 und 2 hier gemacht haben. Damit das alles schön episch wird. Also das ist alles... Das... Wenn das alles aufeinander kommt. Dann ist das schon... Ähm... Ja... Wo ist denn der Turm jetzt hin? Ähm... Das wir dann haben werden. Ähm... Danach dann direkt nächsten Tag dann mit Gothic 3 hier in der ultra gemollten Variante hier weitermachen. So... So... Richtig nahtlos aneinander anknüpfen hier. So wie ich das ja immer so gerne mache. So hier unten... Was war ich... Ist das das unten wo ich gerade war hier? Was ist diese Hütte da unten? Ja... Ähm... Ja... Wo habe ich jetzt einen Leuchtturm? Äh... Quatsch... Der Turm. Da sollte ich doch für Milton hin. Ja... Ja... Das ist... Das ist eben das was man immer so sagt. Man kann sich natürlich hinsetzen. Ein, zwei Videos so aufnehmen. Bisschen ein bisschen spielen oder dabei aufnehmen. Bisschen quatschen. So... Aber wenn man dann doch ein bisschen äh... Versucht hier ein bisschen künstlerisch tätig... Dann doch tätig zu werden. Um dem Ganzen ein bisschen... Äh... Das Ganze ein bisschen hochwertiger aussehen zu lassen. Oh ne... So von dort bin ich gekommen. Dort habe ich heute angefangen. Der Turm, der war doch hier irgendwo. Den haben wir doch vorhin hier gesehen. Äh... Können wir hier hoch? Ist der Turm hier oben drauf oder so? Ah... Kommen wir hier hoch? Äh... Ähm... Hier... Na? Ne... Gibt es doch einen normalen Weg hier hoch? Dann müssen wir hier über Stock und Stein kriechen. Ja... Der macht es ja noch nicht mal. Was wird denn das hier? Alter bist du bescheuert. Ja... Kannst du hier hoch? Der ist so blöde der Kerl. Ja... Kommst du hier wenigstens hoch? Ja... Na bitteschön. Danke. Ja... Nun... Ja... Ja... Was wollen wir hier? Ich habe was vom Turm gefaselt. Kommen wir auf den Turm irgendwie rauf? Äh... Ja... Nun... Oder müssen wir hier unten? Gibt es hier unten irgendwie einen Eingang? Guck mal... Guck mal... Die Höhle wo die Goblins drin waren... Das war es doch nicht. Was ist da unten? Da unten ist ja bloß dieses Häuschen. Oder gab es da unten noch einen Schalter? Dass wir dort unten durch rein müssen. Warte mal... Was ist dort unten da hinten für eine Kante? Waren wir dort schon? Äh... Waren wir dort schon? Dort schon? Wir gehen dort erstmal rein. Ja... Äh... Wir gehen mal kurz hier... Ja... Lade dich aus, Mann. Ähm... Ähm... Also hier unten ist irgendwas. Wahrscheinlich war dort unten doch ein Knopf irgendwo und ich habe ihn übersehen. Jetzt fängt das wieder an zu pissen. Ja... Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. So... Was war dort? Dort unten? So... Hier war diese Kante hier irgendwo, oder? Diese... Was wir gesehen haben gerade. Diese gemauerte Kante ist das hier, oder? Ja... So... Ist hier irgendwas? Ich glaube hier waren wir vorhin schon. Waren wir auch. Ja... Hier ist aber nichts weiter, oder? Nö... Gut, dann versuchen wir jetzt mal in den Turm reinzukommen. Da ist auch noch so eine gemauerte Kante. Da waren wir, da haben wir halt angefangen, oder? Guck mal hier. Ähm... Ich hoffe wir müssen jetzt nicht hier in der Folge hier oder in der nächsten Folge gegen irgendwelche Übermonster kämpfen. Ähm... Na jetzt ehrlich gesagt, überhaupt nicht den Nerv dafür. Ähm... So... Heilpflanze. So... Hier ist der Turmofen. Gibt sie unten im Felsen irgendwo? Sind wir hier irgendwo... Sind wir hier unten irgendwas? Die Höhle oder sowas? Ähm... Oder... Sind wir drum herumlaufen? Hier finde ich gerade erst mal nichts. Aber ich höre ihn hier... Ähm... Schnackern. So... So... Seh mal hier... Das sieht wirklich aus, als wenn die das Stückchen hier so aus dem... Äh... Wo man zum Sumpslager, äh... Runter geht, äh... Rausgeriffen haben. So... Ich wette... Ich würde wirklich wetten, dass die am Ende hier drinnen und unten irgendwas ist. Weil der Turm, der ist ja genau hier oben drüber. Was ist das denn hier? Ist das ein Knopf? Ne... Das sah gerade so aus wie ein Knopf. Äh... Aber so frohlen zu haben das ganze Ding hier bewacht. So... Äh... Ist hier irgendwo ein Schalter? Guck mal... Das sieht ja irgendwie aus vorhin, als wenn hier was dahinter wäre. Als wenn hier durch die Grafik irgendwas durchschimmern würde in die Kanten. Das sah gerade... Das sah irgendwie so aus. So... Jetzt gucken wir uns mal um hier. Vielleicht haben wir hier was. Ansonsten gucken wir die Lösung rein. Weil ich hab keinen Bock hier ewig zu suchen. Ähm... Also entweder hab ich hier übersicht die ganze Zeit hier irgendwas... Ne... Hier ist genau wie die Höhle. So... Aber in der Höhle hier unten... War ja auch nichts. Kommen wir auf dieses Ding hier oben rauf irgendwie. Von oben höchstens, runterspringen. Aber hier in der Höhle ist ja auch nichts. So... Kommen wir aufs Dach von... Auf das Dach von dem Ding. Hm... Wir rennen auch mal fix rum. Ich würde versuchen auf das Dach zu kommen. So... Hier oben ist der Turm... Genau... So... Da oben war auch nichts, oder? Das hier irgendwie ein Eingang ist. Ich habe aber Grundstücke gelesen. Ne... Steintaufe. Ich habe fast das gleiche. So... Ne... Jetzt ist so ein kleines Treppchen. Aber... Ich hätte gedacht dir, dass das hier wirklich ein Teleporter Stein ist. Und dass man den jetzt vielleicht irgendwie aktivieren muss. Äh... Gehen wir nochmal hier hoch. Und von dort oben runter zu springen. Aufs Dach. Und kreisen. Das ganze Ding war hier ganz geschickt. So... Ja... Das sieht wirklich aus wie... Und hier hinter würde man dann gehen zum... Sumpflager. Äh... Quatsch. Zu... Myras. Ne... Da ist nicht das Dach. Aber ob das wirklich was miteinander zu tun hat, ist eben eine große Preisfrage. Ja... Ja... So... Ich speichere hier mal ab. So... Aber... Hier ist einmal gar nix. Auf dem Dach. So... Okay. Wir haben es auf jeden Fall versucht. So... Hoch kommen wir hier so jetzt nicht mehr. Dann müssen wir wieder unten lang gehen. Das sei denn, der kriegt hier irgendwo hoch? Ne... Okay. Also... Ich wüsste gerade nicht, wo ich hier lang gehen soll. Also ich sehe auf keinen Fall... Was... Warte mal... Wir machen mal... Wir... Ähm... Ähm... Schlösserknacken brauchen wir nicht? Wo haben wir eigentlich... Wieso haben wir die Blutfliege gar nicht angelegt? Was haben wir denn auf der 5? Äh... Haben wir irgendwas auf der 5? Nö... Aber jetzt... Ähm... Schlösserknacken... Ne... Licht... Wo ist unsere Lichtrohne? Hier... Genau... Wir machen mal Licht mal kurz... Vielleicht... Äh... Sehe ich... Hier drinnen was mehr... Mit bisschen mehr Beleuchtung... Wenn hier irgendwas ist, dass es vielleicht so versteckt ist... Dass wir hier das nicht sehen, weil... Kein Licht... So... Gerade hier hinten... Ist hinten in den Ecken vielleicht irgendwas... Dass wir hier vielleicht unterirdisch irgendwo reingehen können... So... Äh... Äh... Hier irgendwo dahinter... Ist hier irgendein Knopf... Äh... Ein Gestripp hier... Irgendwo eine Taste... Also ein Schalter ist... Ne... Da sehe ich hier nix... Schalter oder so... Ja... Steintafeln... Das ist ja ganz gut und schön... Aber... Da haben wir irgendeine Steintafel hier eingesammelt... Dass wir hier... Dass wir uns an irgendein Ort hier stellen können... Und von dort aus hier eine Steintafel... Eine Teleport oder sowas... Äh... Karte Adanastal... Äh... O alte Steintafel... Die ganze Steintafel ist mit Schriften der Bauer... Über... Übersee... Äh... Was ist das für eine Steintafel? Der Bauer? Die lesen sie ganz einfach mal... Nun... Wofür war das? Ich hätte eine Idee... Ich guck gleich mal in die Lösung rein... Ihr habt keine Lust hier wieder... Ewig... Und drei Tage hier zu suchen... Wir sind schon bei 26 Minuten... Und sind nur hier am Rumeiern... Oder hier ist wirklich... Äh... Hinter irgendeinem Gestrüpp... So ein kleiner Höhleneingang... Den man nicht sieht so einfach... Aber nö... Goblinbeeren... Ja... Wo war jetzt das Ding? Ne... Weißt du was? Wir machen den mal diesen da... Ja... So... Wo haben wir unsere Heiligen Schriften? So das war... Dadatadada... Rück... Ne... Das war... die toning du komm mal auf das war ja schon in den letzten jahr was haupthandlung aus dem original jahr mit dunkle ordnung ahnen haben wir oder rat haben wir gemacht dann verlorene insel ab 6 noch mal auf hier so verlorene insel die quelle der magie genau was wir finden wir finden eine karte nach dem kaputt essen wir gehen an land reden unsere aufgabe ist zu erkunden eine anmutung einer karte befinden die karte in einem zweistöckigen zerstörten gebäude im ersten stock müssen sie einen knopf finden den drücken und eine wand fährt daneben hinter haben wir eine karte gefunden ich weiß was er meint so drücken sie dir der reihe wird der reihe nach die tasten 4 und 5 alle anderen töten der erste knopf öffnet eine wand im ersten stock eine platte mit koordinaten haben wir die karte gefunden wir haben noch alles mit dem krieg ja eingesammelt hatte karte sektenlager aus ortstadt minen karte landkarte minenthal minenthal hüllen von corinnes adanastal der ein liedtext lucian ich glaube da müssen wir doch mal hin wo war denn das jetzt das war drüben irgendwo daneben wo wir angefangen haben bei dieser komischen großen pyramide da müsste hier drüben wo war die hütte wir hatten auf jeden fall nicht das schiff von dort oben ausgesehen ich glaube das war da oben oder wir jetzt gerade ausgehen und hier hoch wo war die hütte war das hier oben rechts jetzt rechts das ding hier ne das ist das felsen wo hatten wir das nicht die pyramide gefunden das war auf jeden fall nicht in das hüftbuch das war das war das hier hoch ich meine so groß wie die insel ist auch nicht unbedingt aus als dass wir uns hier verlaufen haben wir es wieder mal geschafft hier in einer folge nicht wirklich was zu schaffen hier ist es 4 und 5 schalter 4 und 5 haben die gesagt so eine karte anmutung einer karte und ein sextant und sextanten haben wir irgendwo einen gefunden ja weiß ich war das nicht gerade bei den golems hier hier hast du die schalter so schalter 4 und 5 furchtbar 1 2 3 4 5 speichern noch mal sicher sicher schalter 4 und 5 feld haben gedrückt die wand im ersten stock steintafel na schwarzes erz steintafel steintafel ne komm jetzt werde ich anfangen hier schlösser zu knacken mit der hand oder was äh wir gehen dann erstmal knarzen hier in der runde fertig äh die seltsame steintafel auf der vorderseite eine seltsame zeichnung äh rückseite ein rätselhafte symbole eingezeichnet was soll wohl diese komische karte sein äh ja zeig mal her so steintafel bei den karten irgendwo ne doch hier scheiße ähm tot 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 so steintafel wollen wir das ich sage mal wo ist denn das ding steintafel ist geschickt steintafel für lebensbau lebensbau 15 7134 wieso haben wir auch immer so viel so äh warte wir gehen das mal durch hier das ist der witz also entweder bin ich total blind jetzt oder ähm steintafel steintafel wo ist hier eine steintafel dabei gar gar nicht wer wird das hier eigentlich tagebuch dunkler novize ähm ist hier gerade keine steintafel vielleicht hier unten irgendwo mit dabei hier ja ähm ja eine anmutung einer karte besser konnten dies nicht beschreiben so so wir werden erstmal hier an dieser stelle erstmal knarzen aber jetzt leben wir ähm ähm jo wunderbar 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 ähm ähm mein schlafsäckel wo ist denn mein schlafsäckel hier naja jetzt sind sie immer noch nicht schlauer ehrlich gesagt nur nur seite ihr irre mann das ist ja warte wo ist mein schlafsack schlafsäckel hast du den schlafsack jetzt eingesammelt hast du den schlafsack jetzt eingesammelt ich habe den schlafsack jetzt eingesammelt ne wo ist mein schlafsack hier ähm man da kriegt mein herzenfakt ja ok karte holt du auf dem ding noch umblättern hier auf dieser komischen karte da ne die ist jetzt hier oben nach hin und her oder sowas ne äh quelle der magie magie und magie etwas genauer an was noch in sollen aber wird wird entdeckt hat ich denke ja der witzige bewusst wir finden eine karte in zwei karte im ersten stopp müssen sie einen knopf finden drücken und der hand öffnet sich dann die erste knopf öffnet und dahinter befindet sich eine der erste knopf dahinter befindet sich eine platte mit koordinaten und der zweite stopp zweite öffnet eine versteckte truhe im zweiten stock hatten wir gemacht jetzt haben wir eine mini pyramide im flachland der einfachsten weg ist es von vom schiff zu springen und nach links entlang der insel zu schwimmen bis wir die küste erreichen wir bringen alles zum kapitän verlorene insel quelle der magie mit berichten oder dort oder wir machen erstmal eins wir schalten uns mal wieder hier irgendwo wo sind unsere ganzen ringe bringe erstmal den hier so dann gehen wir auf die magie und schalten uns erstmal wieder hier was das denn nein die blutpflege hier auf die fünf genau machen wir das ist nämlich so gekonnt also auf so mini pyramide hat er jetzt sagt oder steht da vom schiff aus links schwimmen hat er gesagt machen wir es mal so wir dürfen aber nicht so weit runter wir müssen auf dem schiff noch fleisch finden äh fleisch finden fleischbraten hierfür gorn da waren wir hier oben eigentlich schon ich glaube ja wir dürfen nicht so weit runter der witz ist hier unten war ja noch die eine höhle vielleicht geht es ja unten durch die höhle rein unter die insel aber wir fliegen jetzt erstmal wie er gesagt hat aber wie drin steht fliegen wir jetzt erstmal hier links bis zur nächsten küste so unten irgendwas sieht nicht so aus so wir machen sobald wir jetzt an land sind ja verwandeln wir uns natürlich zurück und machen erstmal feierabend ja gut dann würde ich sagen machen wir hier feierabend heute damit bedanke ich mich auf jeden fall fürs zusehen wie gesagt es hat nicht viel aufregendes passiert aber ok damit dankeschön oder tschau und tschau und tschau und tschau und tschau